Hallo und herzlich Willkommen zu dem fünften Let's Play von YH30. Hi. Wir machen wie gewohnt weiter. Ich hab grad meine Kiste sortiert, schon ein bisschen Zeug reingetan und mein Hühnchen verbrannt. So, hier machen wir mal ein bisschen anderes Zeug rein, was wir sonst so nicht brauchen werden. Ich hab'n Bogen. Ich hab'n Weisend. Ich hab'n Bogen. Yeah. Ja, aber ein total kaputten Bogen. Ich hab' aber gleich einen neuen noch. Ich wusste gar nicht, dass ich Eis noch dabei habe. So, also ja, heute ist mein großer Mining Day. Heute gehe ich jetzt den ganzen Tag meinen. Ich hab' alles dabei, was ich brauche. Ja, okay. Eigentlich ist das Wichtigste, Essen und Holz und ich hab' alles da, okay. Dominik, 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 wir pflanzen hier nichts nach. Alles wird abgerodet. Willst du'n Bogen? Nee, brauch' ich nicht, danke. Nein, ich hab'n Bogen und sechs Beile. Nein, ich hab'n Bogen und sechs Beile. Ich grad' mich jetzt hier runter, was auf, weil ich das Ding mache. Ich mach' jetzt ein bisschen, das Glöck mal einigen Leute. Und ich geh' da bei Holz fahren, okay? Ja. Du hast ja mal dein Holzproblem dort. Ja. Aha, Kohle, ich lass' dich links liegen. Ey, soll ich nicht... Das Thema hatten wir schon mal. Fall da jetzt nicht rein. Da, siehst du? Da links. Da links. Da passiert's mich. Ja. Ja, markiertes nur, oder? Ja, markiertes nur, oder? Ja, das du da nicht rein willst. Oh, hab' ne Mine gefunden. Oh, hab' ne Mine gefunden. Warte, ich komm'. Die, du sag' grad' ich da extra runter. Nee, nee, nee. Nahum hab' ich mir jetzt genug, danke. Ich hab's gehört. Ich hab das zwischen vernommen. Das ist böse. Gut. Gut. Ich lass' dir die Dinger wenigstens nicht explodieren. Kiste, 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 meins, meins, meins. Lass' aber auch was für mich ruhig. Ja, Melonsamen und Kürbissamen haben wir gehört. Aber das Kürbissamen haben wir schon davor. Ja, trotzdem, gut. Ich brauch' auch wieder Nahrung. Ey. Was für ein Wunderzufall. Oh, ich hör' jetzt diese Spinnen-Geräusche und gegen Höhlen-Spinnen, Leute. Da bin ich absolut gar nicht gut. Ich bin hier eigentlich nur wegen nem Eisen gekommen. Eisen? Wo, 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 wo? Hier überall Eisen. Laben. Gott, diese Spinnen. Ich hör' dieses Geräusche. Ich will die einfach nur töten. Leute werden gleich wahrscheinlich Mengens an denen... Wow. Warte, komm' zurück zu dem Eingang. Ich hab' alles, ich hab' alles. Oh, Fiecher, 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 Fiecher. Nein, komm' zurück. Das will ich mit. Das will ich mit haben. Ne, ne, ne. Ich glaub' du bist dann Kohle vorbei. Ja, klar, die hab' ich absichtlich da gelassen. Das hast du ja gehört. Warte, komm' zurück zum Eingang. Ja, ich bin hier beim Eingang. Ich bin ja nicht so weit weggegangen. Ja, ich hör' dich graben. Keine Ahnung, du solltest jetzt hier irgendwo runterkommen. Oh, 3, 2 Zombies, ein Creeper. Ich hab' Eisen gefunden, du hast es vergessen. Ja, ich hab' hier grad seine Schwertunterstützung gesagt. Wo? Hey! Lass' die Dinger nicht hochgehen. Ich versuch's doch. Das ist unfair, du bekommst es noch nicht. Ach. Geh runter, geh weiter. Wo, wo, wo? Wo, wo? Wo, wo? Ich dachte, du mich schiefst. Guck's, okay. Wir hören nur gerne dir. Guck's, okay. Wir hören nur gerne dir. Jetzt vorbei ist der Timer. Ja. Ich hab' Blumen gefunden. Seit wann gibt's die denn hier unter der Erde? Oh, ich hab' einfach lange nicht bei Minecraft durch der Version gespielt. Ach, Gott. Unnötiges Zeug weg hier. Ja. Wo ist das? Sammle Schild! Wo, wo, wo? Wo bist du hin? Ich bin grad am vergifteten Sterben. Wo bist du hinten? Ja, hier hinten irgendwo. Hier hinten. Sind meine Mine sehr hilfreich? Ja, nach keiner Ahnung. Irgendwo. Ich seh' dich nicht normal. Ich bin irgendwo runter und dann bin ich nach links oder so. Einfach warten. Ich wurde geschlagen. Irgendwas! Irgendwas! Ah! Ja, Höhenstein. Nein, das sind keine Höhen. Nein! Silberfische! Sie kommen aus dem Boden! Scheiße, ich krieg die nicht! Ich hasse diese Fächer! Wir haben hier Cheating gemacht. Du kannst direkt drücken, wenn du stirbst. Keine Sorge. Ah! Hilfe! Ich hasse dich! Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Sorry, ich würde dir auch gerne helfen. In deinem... Wo bist du denn? Ja, ich weiß jetzt hier. Hier ist ja eine Nähe in Höhlenspinnsborn. Ich hab schon eine gesehen. Ich bin da. Da... Ich hab sie eher gespürt. Das kann man eher sagen. Ich seh dich ja nicht mal irgendwie. Ja, da hinten leuchtet was. Ich geh mal dahin. Wo bist du? Aua. Ich... Ich denk mir nur Aua, wenn ich diese Spinnengeräusche so nah an mir dran höre. Ah! Da irgendwo da! Da, da, da ist sie irgendwo. Ich hör sie dort. Die... Gott, wo ist dieses Kackby? Ich mag's nicht um Elken zu gehen. Meins und meins. Ich liebe Eisen. Ah, da oben geht's weiter. Ich bin ein Zombie und das gefällt mir nicht die Nahe. So. Ein spektakulärer Sprung, ihr habt's gesehen. Wo bist du? Bist du? Ah, Kiste. Kiste, 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 meins, meins. Sattel, Diamant, Eisenpicke und Brot. Diese Zombies sind mir zu einfach zu nah. Ernsthaft. Sind doch nur Zombies. Höhenspinnen finde ich da jetzt ein bisschen furchterregend. Ja, schon, aber... Mir gefällt es nicht, dass ich einfach hier alleine rumgeisterer wäre. Irgendwann... Ich hab einen Diamanten. Ich hab einen Diamanten und du hast nichts. Und ich? Nein, du hast mich nicht gesehen. Ich hör den Spinch... äh... Bin Sporn. Bin Sporn. Ja, ich höre ihn. Vernichtest du grad Spinnen? Äh, ne. Ich vernichte grad gar nichts, aber ich höre sehr viele. Einzige, was ich grad vernichten will, ist... Jetzt halt, jetzt halt, jetzt höre ich die ganze Nahe. Ich seh den Spinn-Spawner, ich seh den Spinn-Spawner. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Warte... Ernsthaft, wo bist du? Oh... Ah! Megamount. Wie ihr seht, ich bin nicht so gut gegen diese Viecher. Ich gab nicht mal hier einen. Kann sein, dass ein Creeper gerade zu dir war? Ah! Zu dir kriegt ein Creeper! Nee, tut er nicht. Da ist nichts. Doch, da ist einer, da kommt um die Ecke. Ich hab ihn gesehen. Da... Der mochte zu dir. Bleib da, wo du bist. Bleib da, wo du bist. Bleib da, wo du bist. Ich hab dich grad gesehen. Da hast du dich da runter, oder? Gott, wo bin ich? Ach, jetzt! Ich hab den Höhenspinn-Spawner abgebaut. Warte, wo bist du? Ich hab dich gefunden! Und... Ich glaub das... Ah! Gott! Verwechselst du mich auch sicher nicht mit irgendeinem anderen Wesen? Das könnte nämlich deine letzte Verwechslung sein. Hey, Ungem und Boom, Creeper! Hey, ich seh dich! Hallo! Was? Schlägt mich einfach mal. Ich hab ihn wieder gar nicht. Nein, hast du gar nicht. Nee, ernst, doch. Ich kann nicht später das jetzt Plätze eigentlich... Ich kann nicht später das jetzt Plätze eigentlich... Ich kann nicht später das jetzt Plätze eigentlich... So, ähm... Kohle mitnehmen. Ich wollte langsam mal das Schwert. Ich hab ne Wackbank. Eine Wackbank. Ich könnte jetzt nämlich ein Schwert brauchen. Du stellst dich einfach mal hier in die Mitte. Hast du... Wie viel fahren hast du? Na, ich hab halt die ganzen Fäden da auf dem Weg abgebaut. Ich hab mindestens 20 oder so, denk ich mal. Ja, 21. Ich seh Eisen, bis das Herz kotzt. Nicht böse Eisen ist schon gut, aber nicht in diesem Maßen, wie ich grad gesehen habe. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich hab grad keine Ahnung. Muss ich ehrlich geschehen? Guck mal kurz nach. Ja, aber nicht in einen so blöden Gang, wo ich jetzt grad drin bin, wo von allen Seiten nicht alle sagen... Ich hör schon wieder spinnen. Ich denk jetzt noch ein zweites Borne irgendwie. Oh, hier die ganz nah. Ich hör die ganz nah. Ah! Das bin ich. Ja, das bist du so. Du bist schon schlecht gegessen, ne? Ja. Gehen wir mal hier runter. Warum leuchtet das denn? Du bist... Du klebst deine Luft. Ich mag's nicht. Aber ich hab' diese Fläche gefunden. 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 So eine Art Fläche sind ganz gerade. Das gefällt mir immer ganz gut. Wasser, okay. Dann muss man. Kiste meins, meins, meins. Diamanten... Und noch was. Das kann die Käste ganz du haben, wenn du willst. So sozial. Ich weiß, natürlich. Ich hab' jetzt drei Diers. Also, das ist ja ein Portal ist schon mal sicher. Ein Portal? Mit dir? Ja. Damit baut man mit zu dir ab. Ah, ja. Ja. Du gehst mir nicht zu sicher sein, ich mein' nicht. Ja, ich bin's vorne. Warte, ich hab' mein Schwer nicht in der Hand. Warte, 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 warte. Und was noch schneller aus? Ja, natürlich müssen die mich zum Arzt immer angreifen. Ah. Ja, Monsterjäger. Aua. Ich denke, das ist vielleicht noch einer, weil ich hör' schon wieder schlafen. Ja. Ist auch wahrscheinlich einer, weil... ... so wenig. Schützt du mich mal bitte ganz kurz? Ja, ich schütz dich. Warte, 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 es geht doch mal los. Ich hab' dir schon was gejobbt. Ich hab' dir schon hier was gejobbt. Ah, spinnweben. Ah, spinnweben. Ah, spinnweben. Hattest du Eisen mal? Ja, ich hab' neun Eisen. Oder? Nee, 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 ich hab' bereits den Eisen. Gebraten, ne? Nee, ungebraten. Nee, ungebraten. Dann gib' die mir mal zwei, äh, vier Stück bitte, dann haben wir Eisenschwetter. Ich bin immer noch am selben Punkt. Ja, warte, ich brauche mal ganz kurz diese Quelle jetzt mit irgendwas. Ah, hier Holz. Du kannst durch den Quergang... Ja, ich mag nur Wasser in den Müll, ne? Ja, das ist klar wegen... Warte mal, ich schaue mich hier nochmal ganz kurz um, weil hier ist wieder so ein Gang. Dann denke ich mir, dass hier meistens eine Geste ist. Oh, Gott, diese Geräusche, das ist... Der Geräuschkohle ist hier hier. Kannst du es nicht seltsam, warte, das geht? Guck mal bitte nach, Dominik, das wär' jetzt noch verpflichtend, dass wir dann noch Zeit für die Verabschiedung haben. Wir haben jetzt... Sorry. Wir haben jetzt... Wir haben nur noch 21 Sekunden. 20 Sekunden? Ja, okay, dann verabschieden wir uns von heute von diesem Let's Play. Kann ich mir nicht noch das Eisen geben? Das machen wir dann nächsten Mal. Komm. Okay. Und dann, ja, man sieht sich. Bis zur nächsten Woche. Servus. Tschüss.